Ja, huibu und willkommen zurück zu, was spielen wir gerade, Dead by Daylight. Ähm, wie üblich mit denselben wie immer, Zitoras, Marzino LT und Lanphier. Und ganz neu ist Deludos. Ganz neu, seit fünf Folgen. Hi. Ja, die Koksnotte. So, dann mach mal Start hier. Ist ja nett nach Hause. Also, Borko, wie war das, du pinkelst in deinem Badewasser? Hm. Ich hab's auch gemacht. Mit Vorliebe und danach reibe ich mich ein. Ist mal ein paar Tauchübungen drin. Ja, hier ist ja ein Horrorgame, da können wir auch über sowas erzählen. Was sind eure horrorsten... Weiß ich nicht, Eigenschaften? Hätte ich gerne. Horrorsten Eigenschaften? Ja, ich brauchte noch was mehr ab. Deine sind Deutschkenntnisse, oder? Du Remanistikstudentie. Hey, Remanistik, da mach was ich will. Wortneuschöpfung. Das war kein Neologismus. So, was machen wir jetzt gleich eigentlich? Dead by Deadly-Spiel. Ja, aber was... Achso, ja. Gibt's doch nicht so ein Ponykampfspiel? Das wär doch mal was. Also, ich bin immer noch für genital-juice. Ich glaub, das ist... Ich glaub, das wechselst du mit der... Mit der Zier-Kampf-Arena, in die du kaltlich bist. Ich bin eigentlich schon in unserem dunklen Geheimnis ausgebreitet. Ja, was ist los, hm? Du winkst? Ich klatsch dir eine. Achso, du willst... Achso, kommst du mir, ne? Dann, dann, dann werde ich jetzt... Hey cool, Fallen stellen. Können wir die Fallen aufsammeln? Ich kann die Falle sabotieren. Okay. Können wir die Falle nicht aufsammeln? Warum hast du dann die Falle zu positionieren? Hm? Komm mal mit. Oh, was macht der? Dann bleibt wohl noch gut. Falls du einen Abstecher in den Keller machen willst, da liegt ein Erste-Hilfe-Paket. Ja, ich komme. Ich komme. Oh, hab ich schon, die feine Dame. Ist ja gut, wollte nur behilftet sein. Ich benutze extra in den anderen Runden nichts, damit ich das alles für hier hab. Wo kommt der denn her? Ach, das gibt's auch nicht. Wo kommst du denn her? Wer war das denn jetzt? 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 Da kommt der auch noch genau aus der Richtung. Ich komme aus dem Keller. Ich überleg gerade, warte mal kurz. Ich wollte doch eigentlich noch ganz in Ruhe erstmal meine Fallen legen und dann Döns machen. Nein! Ach fuck. Was machst du denn? Ja. Na, was macht ihr? Ja, ich habe einen Generator geschafft, ohne auch nur EIN QUICKTIMEVENT geschafft zu haben. Wollt ihr mich alle verarschen? Soll ich euch jetzt erstmal alle hinlegen oder was? Oh Mann, der zweite ist schon gefallen. Nee, der ist gestolpert. Oh, cooles Möse. Wer war das eigentlich? Sind doch alles. Der ist mir auf die Krawatte gestiegen. Warte mal, ich muss gerade auf, weil ich nicht in meine eigene Falle laufe. Warte mal, muss ich über mich drüber stolpern? So, und jetzt holen wir erstmal... Ah, da ist er ja. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Warte, warte, da. Ähm... Marzino? Ja? BPS? Ja? Oder stehen noch zwei Stunden da drüben? Der ist gerade an mir vorbeigelabt, ich musste kurz... Ja, der war schon lange weg! Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja wieder zu euch. Ich komme ja wieder... Oder so. Warum? Ich bin im Killer gelaufen und ich werde dir von der Kackfalle erwischt. Das ist doch uncool. Ich bin einfach besser als du. Sieh sein. Hatte ich nicht Zinturas aufgehängt? Achso, ja. So, machen wir eins nach den anderen. Jetzt müssen wir erstmal die Falle sammeln. Wo ist denn... Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Schon über alle Berge. Ach da. Chris? So, jetzt hängen wir dich nochmal auf. Der ist der Stalker wieder. Und jetzt... Ja, ja. Wo ist denn der jetzt hier hin? Der ist doch gerade hier noch gewesen. Hey. So schnell wie er auftaucht, so schnell verschwindet er auch wieder. Borkhold? Immer in deiner Nähe und doch nie da. Der ist Stalker. Nein. Aber was macht ihr denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Borkhold? Ja? Wie wär's denn, wenn du mal ohne Wallhack spielst? Ja, aber irgendwie ist gerade ein Neff vorbeingelaufen. Dann... Warum? Wieso habe ich so scheiß Talenten im Killer in die Arme zurück? Weiß ich nicht. Das geht doch gar nicht. Das ist so. Hm, hm, hm. Du kriegst jetzt gleich einen Haken wie... Ich glaub, man ziehen uns Zinturas vor dir. Ach, das ist aber nett. Bitte, bitte. Der ist schon geschmiert. Toll. Ja, der rutschte auch ganz gut. Toll. Falle rechts vor mir. Aber die schmierte Arten tun weniger weh. Das müsste doch nicht in deinem Interesse sein. Nee, bitte. Danke. Nee. Ach, wieder fit im Spiel. So, ich muss erst mal ne Falle holen. Nicht links vor mir langrennen, wenn einer kommt. Weil da ist... Falle. Scheiße. Und rechts auch. Dankeschön. Was war da nochmal, Lenfy? Ich hab's nicht verstanden. Ne Falle. Oh Gott, das ist schon wieder höher. It's a trap. EI! Falsche Seite. Oh ja! Wie schön. Bring mir den so langsam rüber. Einer auf dem anderen aufschreien. Aber jetzt kann ich immer den gleichen... Jetzt kann ich immer den gleichen Haken benutzen. Borku, du könntest dich echt mal... Du könntest dich echt mal anstrengen. Ich hab wenigstens geordnet gekillt. Bei dir fliegen die gleichen Teile nur so durch die Gegend. Ich kann auch nicht so viel, wenn der die ganze Zeit da rein rennt. Meine Güte, warte mal kurz. Hier... Bei mir war's wenigstens geordnet. Äh, Sekunde. Ich steh hier grad mal rum. Ich such nämlich... Ach, scheiße. Komm. Ich hab gerade überlegt, ob ich hier noch irgendwie eine Falle setzen kann. Aber... Ja. Wir können den grad retten. Dann... Ich such mir mal woanders was. So... Achso, jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Läuft. Jetzt kann ich nämlich auch hier eine Falle nehmen. Ich hatte noch... Mh... 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 Du bist grade hinter ner Kiste, ne? Nee, 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 nein. Auch mal alter, warum? Nee, 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 nee. Oh, man, das ist so nervig. Egal, was man hier macht, er ist überall. Überall. Alter, jetzt bleib ich noch am Steinrand. Ja, das kann echt kein anderer. Das ist schlimmer als in so einem Horror-Splatter-Movies. Das ist echt cool. So, jetzt machen wir mal eins nochmal. Warum lässt er dich dann da so auf dem Boden rumkriechen? Na, hier noch Fallenstelle. Ganz ruhig. Na gut. Warte, hol ich? Ne, ich hol' was erstmal. Na, okay. Ich wollt' eh ne Falle holen, aber danke, dann nehm' ich halt die hier wieder. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Schmerzensschrei in einer Folge. Ihr macht das absichtlich, oder? Mir tut alles weh. Ich fühle mich vergewaltigt. Ich will dich schwer. Ihn können wir hierhin machen. Ich kann jetzt ja das erste Mal auch ne Falle direkt vor einem hinstellen. Das hab' ich eigentlich noch die ganze Zeit noch nicht gemacht. Bis jetzt standen die Fallen wenigstens immer woanders. So. Ähm, warum konnte ich nicht kämpfen? Weiß ich nicht, aber dann nehm' ich die Falle kapiert. Wie war's aber, wo? Ich war, ich hab grad angefangen, kam kämpfen. Ich hab, äh, Wetttaste gesplandt und dann war back. Ach, du warst vielleicht das zweite Mal oder so, ne? Zweite Mal, aber normalerweise kannst du dreimal hängen. Also dreimal, ja. Außer wenn du schon einmal der Hälfte warst. Komm weg hier, komm, komm erst mal mit, komm erst mal mit. Wir waren die Siegner. Ich hab gerade eine Falle da gelegt. Oh, oh, du wärst beinahe in die nächste reingelaufen. Deswegen wollte ich da weg. Aber du wärst gerade in die nächste gelaufen. Direkt vor dir war nämlich noch ein. Oh, Mann. Äh, stirbst du jetzt da schon? Äh, ich hab' keine Ahnung. Ich hab' keine Ahnung. Möglich? Ich weiß ja nicht. Naja, ich glaub' man zieh' eine Stäfe jetzt auch. Oh, dann nehm' ich, nehm' ich die grad mit. Ja, nein. Ne, leider nicht. Nein, nicht mehr lange. Zintorats. Wer liegt hier fallen? Ich. Wie kommst du immer so schnell da raus? Ich so immer. Ne, oder überhaupt. Warte mal, bist du da drin? Ne. Bist du in einer anderen drin? Ne. Schade. Hätte ja sagen können. So. Jetzt hab' ich ihn aber leider verloren. Jetzt muss ich grad' mal. Ja. Umdisponieren. Ja. Keine Falle? Nein. Äh, hallo? Sag' mal, ich kann grad nicht. Jetzt so. Komisch. Laufen halt jetzt auf euch. Das würde ich gerade erschrecken. Kommst du? Ja, irgendwie wolltest du grad nicht. So, wo läuft ihr hin? Wart mal da. Da, da, da. Was? Ihr könnt ruhig weiterlaufen. Dann seh' ich wenigstens, wo ihr langlauft. Bist du schon weitergegangen, oder? Bist du noch in der Nähe von mir? Das sag' ich grad nicht. Der weiß auch gar nicht, wo ich bin. Ich bin ganz weit weg. Ich bin ganz ganz weit weg. Ich bin auch ganz weit weg vom guten alten Krühnpol. Wo seid ihr hin? Irgendwo in der Nähe. Ist Anna da. Ach, hast du mich echt grad nicht gesehen? Ne. Aber ich seh' jetzt grade deine Spuren. Naja, mach mal. Der geht viel zu sehr auf in dieser Rolle. Das bereitet ihm mehr Freude, als es sollte. Ja. Kann gut sein. Ach, ich find's schon ein bisschen sexy. Dafür zerstör' ich jetzt deine Dekoration. Du hast es ja nicht anders gewollt. Nein. Ich hab' dich jammern gehört. Ja. So. Oh, warte mal. Hier ist der Keller. Da war ich schon ewig nicht mehr. Ja. Ähm. So, ich sollte mal weggehen. Äh. Ähm. Ich sollte hier mal runter irgendwie. Ach, da können wir noch. Ich hätte das Ding vorher kaputt machen sollen. Reicht das von der Zeit? Sollte eigentlich. Ja. Irgendwie krieg ich das mit dem Wegel nicht hin. Hm. Ne. So. So. Jojojo. Was? Hm? Hä? Warum geh ich denn so schnell down? Ich war doch grad noch voll und ich bin fast tot. Du hinkst wahrscheinlich, oder? Ist das so scheiß? Nein, ich war gerade ganz voll. Und auf einmal... Nein, aber du hinkst doch vorhin schon. Aber gerade war ich angezeigt mit voll. Ja, dann geht dann immer runter. Ich hing da auch noch gar nicht, oder? In der Runde hing ich da schon? Ich glaub, ich mein schon. Ich bin der Mann, nein, in der Runde. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaub, du wirst dich nicht mehr gerettet. Nee, ich dachte... Wir sind vom Keller. Wir sind von der entgegengesetzte Richtung gerannt. Kameradenbeule. Nee, er schafft noch nicht mehr, er rennt weg. Das ist klar. Im Keller retten in der Situation ist dämlich, denn die sterben zwei. Nein. So. Ah. Hm? Hatsch. Echt jetzt? Bin ich zu spät? Das kann doch nicht wahr sein. Hm. Hm? So, in letzter Zeit sehe ich euch recht wenig rum. Ah, so weit weg. So weit weg. So weit weg. Ach ja, herrlich. Wie kommt dir immer noch schneller raus? Super, die Lungen-Rittungsaktion. Haha. Lenti ist vor meiner Augen gestorben und auf dem Abgang nochmal in der Falle gekrampelt. Haha. Ich möchte nicht mehr laufen. Alter, Vater. Warte. Schmerzt was? Ne. Es blutig noch mehr als vorher. Dann kann ich weg die Falle wieder verwenden. So. Wo könntest du denn rumtouren? Wo könntest du denn rumtouren? Wo könntest du denn rumtouren? Nö, 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 nö. Ihr müsst doch Generatoren machen, ne? Nö. Ich suche jetzt die Klappe. Versteck mich da. Alter. Das war ich nicht. Ich bin nicht gewesen. Ich bin nicht gewesen. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Warte. Warte. Scheiße. Oh. Oh nein. Okay. Gut. Aber es war cool. Das war ganz sicher. Ich habe ihn die ganze Zeit gehört, aber ich habe ihn einfach nicht gesehen. So. Zintoras hängt wahrscheinlich schon bei der... Ahhhh. Okay schon. Das Problem ist, ich weiß, ich brauche nur drei Generatoren und ich habe jetzt die ganze Zeit schon bin ich alle Spots, wo sie sein könnten, abgelaufen und ich finde sie nicht. Ich habe schon gar keine Generatoren gemacht, ich wusste das wird nix. Also, wir werden da sowieso nie alle rausgekommen, nichts für ungut. Folge einfach den Fallen. Ist das da nicht? Ne, das ist echt komisch. Eigentlich ist das bei fast jedem Generator ne Falle. Also, wenn du reinläufst, bist du in der Nähe. Okay. Sacktot. Fallschaden-Damage. Der Fallschaden wäre ja noch schöner. Mal sehen, ob ich die Luke vor ihm finde, das wäre natürlich interessant. Ich war echt bei jedem einzelnen Spot, wo sie sein könnte. Stell dir mal vor, du könntest noch so viele Fallen legen, dass du komplett die Luke damit drapieren könntest. Das wäre doch mal was Feines. Ja, etwas. Aber wie gesagt, musst du auch selber erst mal finden, das ist halt das Problem. Ich weiß gar nicht, höre ich die eigentlich dann auch besser? Ne, du hörst die auch. Dann, gucken wir gleich mal. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo die sein könnte. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Problem ist, dass er mich leider aufhört. Schlimm wäre es. Ja, nicht die Momente, aber generell. Boah, Luca suchen uns aber auch Ätzen, da muss er echt jeden Zentimeter angucken. Ne, hören reicht eigentlich. Wie hört man denn die Luke? Ja. Ja. Was? Wie hört ihr sich denn bitte an? Oh. Ja, frag mich doch. Hallo. Benutzt mich. Hier bin ich. Gucci, Gucci. Ich frag mich, ob ich dich in irgendeine Falle rein prügeln kann irgendwie. Ah. Ja, klar. Ja. Ja. Tudu. Ich glaube... Ich habe jeden Zentimeter abgesucht. Ich habe... Ist die Luke... Nein, nein, nein. Ich... Ich habe jeden Zentimeter abgesucht. Es gibt keinen Ort mehr, wo sie sein könnte. Tschüssi, Kowski. Alter, Alter. So. Ja, das war... War er der Fallen, oder was? Unkloch? Ja, das war ein... Eine... Das Problem ist, es hätte sich auch nicht gelohnt, den... Den... Aus der Hilfekasten aus dem Keller zu holen, weil einer reicht nicht annähernd, um sich zu heilen. Doch, einer reicht. Also, einer reicht, um sich zu heilen. Nein, okay. Ein normaler reicht nicht. Ein normaler reicht nicht. Ein normaler reicht, um dich anderthalb Mal zu heilen. Mach mal ab, Mann. Ja. So, das war Dead by Day. Ich habe es vorhin versucht. Alle in die Fallen gelaufen. Und von daher... Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.